Okay, das war's. Aber bei uns, also wir spielen zu viert auf Lanes, keiner geht jungling. Und ich werde jetzt die Top-Lane übernehmen, während Ironhunter den Support übernimmt, während der Darkgave zur Mitte geht und während Gerken den AD Carry spielt. Genau, der AD Carry ist unwichtig und deswegen wird er als letztes genommen. Exakt, die Top-Lane ist die wichtigste. Ach was. Hey, ich spiele Sinch, was erwartest du? Welcome to Summoner's Rift. True Gaggen. John Grant. Okay, ich hab noch andere Musik drinnen, die darf ich nicht spielen, sonst wäre ich von diversen Plattenfirmen geschlagen, das heißt, ich stelle den in England, sag mal lauter. It's really time. Ein damit. Ein damit. Eher schon vormachen. Und dann wird schon wieder am Abus gebattelt. Eher. 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 Es gibt keinen Blokos zu beschützen mit Jungle'n nicht. Eher deswegen, Frau. Et là! ula, missile. Und er läuft straight in mein Gift rein, ist das nicht schön? Wunderschön. Wie steht ein Wort? Ich hab's gemerkt. Sofort sagen, falls er noch nicht mehr da ist, ne? Ja. Ha, ich hab dich erwischt, Nico. Was sollst du jetzt? Was sollst du jetzt machen? Du hast keinen, der mit ihr Mamas träumt. Ich weiß. Und rein, schade. Aber du heilst mich. Ja. Epic. Oh, das war knapp. Ich hab Angst vor diesem Crank. Ich hab noch nie wieder so blöd. Ich glaub, es ist ein Counter zu Morgana oder so. Ja. Ähm, wenn wir Netz grad üben. Ähm, scheiße. Ich dachte mir nicht, dass du schon wieder Disconnect kriegst. Nein, nein. So schlimm ist es. Ach so schlimm geht schon, oder? Das letzte Mal, als er das gesagt hat, ist halt ein 30 Minuten später am Disconnect. Ja. Und das war mit dem Rank Game. Ich hab keine Mörder. Ach, scheiße. Nein! Nein! Nein, werd nicht, Birdland. Nicht schon wieder. E.V ist einfach OP. Ich hab noch keine Ulti, sorry. Äh, und ich kann noch nicht KS mit meiner Ulti. Ja, da ist ein... Okay, es liegt gerade üben, sorry. Äh, Yves ist weg. Ich hab das Helden. Äh, wir sind weg. Ich hab das Helden. Äh, wir sind weg. Ich hab das Helden. Okay, es liegt gerade üben, so. Äh, Yves ist weg. Ich hab das Helden. Äh, wo sie es sind? Ich bin auf die anderen Lanes aus. Mütter ja, ja, und Spot ja, ja, und der Schild. Also ihr fehlt noch immer. Und noch immer, und noch immer, und noch immer. Geh, ich wiederhole mich. Ah, da ist er wieder. Das war so klar, Dattron. Ich hasse Annie. Wird er kurz noch mal die Heilbrühe geklappt? Anivia ist weg. Also ist runtergeflogen. Ich geh ihm zuvor abstatten. Okay. Der spielt wieder AP, äh, AP-Cannon, schönste. It's nearly time. Ja, gut, was erwartet von ihm. Das ist Yves. Du wirst halt trotzdem AP-Tank. Ja. Das probiere ich nur, dass ich am Anfang erstmal in diesen... Malos gut machen muss, denn er mir mehr schaden. Ich hoffe, dass mir an Magieresistenz fehlt. Okay, ich muss langsam mal zurückgehen, also. Ich hab aktuell ne 48 Magieresistenz. Du, ich hab's ja gar nicht. Wir haben 41. Ehrlich jetzt. Boah. Ich hab doch nur zwei Farben. Was willst du von mir? Du bist einfach trotzdem mein Tor. Diese Falle wird bestimmt mehr. It's nearly time. Ich will zurück, mein Mannes Schöfchen. Das war mal ein Kaufer. Weißt du, wie knapp das immer ist. Also, er... Entweder tret' ich immer unter, oder er mich, aber... Tret' ich... ...den. Ich hab am ersten Mal zurücklaufen sollen, und was anders ausgegangen, ja. Mix, mix, vor Mix. Boah, Alter, der lässt sich jetzt gar nicht von meinem Tod drauf. Boah, ich brauch Mana, ey. Du hast Klarheit und 5 Mana-Tranke, was für Mana willst du noch? Die Mana sofort hier auf dem Mana-Tranke. Liefert Ult, verdammt. Ah ah. Mir fehlt noch mehr, ne? Mir fehlt nicht viel drauf, aber... Nein. Ja. Ja. Ich groß einfach im Eifert rein. Nein. Scheiße, zieht die Hülte schon. Du doofes Ei. Nein. Kommt, das war weg. Spiegel. Ja. Nein, das doof ist Scheiße. Nein! Nein! Lauf! Fleisch, 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 Fleisch! Fuck. Dead. Das blöde Maschine. Nimm auf dem Minion, der markiert ist. I hear you. Ich warte mal ganz kurz 10 Gold ab. Ich warte mal ganz kurz 10 Gold ab. Ihr habt den großen markiert. Oh fuck, ich hab' ich gar nicht mehr. Nix. Was? Ja, 44. Ja, ich hab' mehr von wie Sie, das ist... Wer? Ja. Ja. Es ist kompliziert gegen weiblichen Charakters zu spielen mit einem männlichen Spieler. Beziehungsversuchen nicht mehr. Wo genau liegt das Problem? Entweder er bezieht euch auf sie, Wayne, oder auf ihn. Äh... Jesus. Ja! Das ist das Problem. Weiß ich kann mich nicht entscheiden, ich hab Ulti. Ne, ich hab auch. Ja, wenn Wayne, Wayne spielt, ne? Ja. Ja, dann wird's schwierig. Wobei das eigentlich Wayne ist. Äh... Ja, die Bottel ist ja dann wohl Wayne da. Ja! Vor allem weiß ich, dass ich den Gegner schaue. Nooo! Ich bin ein verdammter Dolby. Jetzt sollte ich nach draußen trauen, der freige Hobby-Kennender da. Du, Tobi, das kannst du ruhig sein! Äh, Tobi. Matthias hat's gesagt. Matthias. Die Mitteln kann aber auch nicht so... ...spieren. Lass dich locken, Wolle. Äh... Der kommt da nicht mit raus, das ist das Problem. Der schräger Eispferl? Oh, der lässt sich eine treffen, ne? Es ist überhaupt kein Problem. Daffo? Jetzt, Matthias! Ah! Da kommt zu, sie haben Gift drinnen. Komm her! Äh... Was ist das denn gewesen jetzt? Bei mir ist der schon längst umgekippt. Bei mir ist er noch rumgerannt, keine Ahnung. Oh! Das ist doch ein Bild drin! Ja, genau! Ich hau's Dienst drauf und du kaufst dann einfach den letzten Rest weg. Also bei mir ist kein Schorn links. Äh, du verlierst übrigens gerade den Mitteltaus. Ja, ich weiß. SS Blitzcrank! Töten wir mal einen Vogel! Ja genau, das habe ich auch vor. Alle auf den Vogel, alle müssen stellen. Alle auf den Vogel! Der hat doch einen Schaden! It's nearly time! Okay, ich bin da. Los, los, los! Das ist ziemlich... Nein! Ich glaube, dass wir auch mehr Stunts als gesund sind. Bei was? Bei wem? Ja, nie wieder drauf. Ähm, ich habe sie weder getauntet, noch kam der Slope und krägelt gegen Scheid hin. Und noch ist... Also ich habe auch kein Slope gemacht. Der empfuschte Talk. Irgendwie hat der Exhaust drauf gehauen, das habe ich mitbekommen. Ja, das war ich noch. Den habe ich noch getroffen. Ach so. Mein Stun hatte noch nicht mal getroffen. Ja, also... So hast du doch gesehen. Wir haben alle... Wir haben alle... Scheiss! Wir sind getroffen. Aber trotzdem ist das geschehen. Ja, genau. Komm, Ven. Push mal mit. Genau, so mag ich das. Komm. Na komm her, Eve. Ich frage dir an. Mach ich auch schon. Aber... Da ist noch von dem Ding. Ey, wie lange hat das eigentlich schon nicht mehr gespielt, der Gute? Wer, Eve? Ja. Eine Woche? Nee. Okay. Er hat mir diese Woche schon getroffen. Mix. Also entweder bin ich mit Zinschka wirklich bestes Amblet Cannon oder ich weiß nicht mehr Deck. Ja. Ja. Aber welche Richtung? Ja, weinig. Er war vor einmal weg. Ah, ich hab's gefunden. Komm schon, ich weiß. Wieso läufst du dich durch? Ja! Er läuft weg in mein Gift rein. Ja, ich hab's nicht mehr weg. Ja, ich hab's nicht mehr weg. Poison Trail. Wieso bist du ganz so arg? Oh oh. Alter, ich hab Angst vor der Kugel. Nein, okay. Ich bin was bisschen weg. Das bin ich wieder verwecken oder was? Ach, Tom, Matthias, da dürfte irgendwann alle rumgrauen. Ah, wenn du die Vayne... Ja, okay, nee, ich bin noch nicht da. Ende die Vayne bekommen, lass mich töten, wenn ich um der Urge hebe. Oh, da ist ein Ei. Dritte Entscheiß, Tobi! Ich hab's eine kleine Reichweite. Sorry. Äh, E-Field oben, keine Ahnung wo der ist. Tobi, ich bin da, ich bin da, ich bin da. Wir können auf die gehen. Einmaler. Du spielst einfach nur mit einem Tank gegen ihn, das muss man, glaube ich, alles sagen. Sein halt, Alter. Oh, Alter. Geh, langsam wird's hier schon, ne? Das Niveau sinkt gerade echt. Mir fehlt hier EVE an Einreisen wieder. Alleiner von euch den Damage Tank, da kann ich mir eine Ulti drauf schwatzen. Nein! Ich hab, ich bin am anderen seit der Karte. Ja, äh, toll. Ja, super. Super, Matthias. Super, Sascha. Was kannst du eigentlich? Oh, Alter. Weine. Oh, EVE, verrückt, 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 verrückt. Nein, du sollst mit Lark 7 leben. Das ist EVE. Das ist EVE, ja. Ob du es keinen Lark hast, ist EVE. Das ist alles, was du dazu gesagt hast. Oh, ich seh wegen deiner HALP nicht, das ist von Minion. I hear you. Das war auch der 721. Ne. Oh, die Vane hat jetzt einen Kill. Danke mal dir. Ja. Ja. Ja, bitte, bitte. Nichts. Also ist die Reihenfolge quasi Lachs-Gill-EVE? Ja. Ich glaub, Anivia kommt zu dir hoch. Ist okay. Bin mir super sicher, kommt zu dir hoch. Na, scheiße, ist schon da. Oh, ähm. Und ich auch. Ich muss dir noch ruhig angreifen. Okay, dann haben wir mal drauf. Komm, du bist weg. Ja. Scheiße, ich lange. Down-Knüsse. Matthias. Matthias, dann sie. Ach komm. Ach komm. Komm, ich hab auch einen ganzen damage gegeben. Also hab ich auch verdient. Echt so, ey. Alter, ich hab ihn jetzt fast tot. Deshalb hab ich kein Mana für einen blöde Ulti. Äh, bevor jetzt irgendwelche Kommentare kommen. Ich würde eine kranke Singed-Bild haben. Äh, die ist abgeschaut von einem Pro-Spieler. Also... Da müssen sie eigentlich sogar alle kennen. Ah fuck. Aua, weh. Äh, die kommt euch nach oben, die kommt euch nach oben, die kommt euch nach oben. Ah, danke. Schönes Dorn. Die kommt euch trotzdem nach hier durch. Wer schreibt mich jetzt ins Team mal, hey, das ist doch... Ah, Hilfe. 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 Äh, wo ist ihn? Blitz-Scoring hat noch seiner... Mit, äh, war er gerade eben. Aber er ist irgendwo in... Fist of Blitz hat er noch nach mir geschmissen. Ja, nach mir wollte er so schmeißen. Er wollte den Grab of Death machen und nicht den Grab to win. Mein Gott, ey. Das ist da. Spin to win. Nein, stop. Wir brauchen noch ein paar Leute. Äh, ihn fehlt noch immer hier oben. Ja. Ah, jetzt ist er wieder da. Was macht ein Blitz da? Was macht ein Blitz da oben? Gute Frage. Okay. Kann ich mich genau auf. Und du die... On my way. Nahnahnahnah. Ich tank ja viel damage weg, aber langsam wird's hart. Letzte1 sind immer nach oben. Bis 40 Sekunden ist Ulti. Aufbank. Ah, nein ich glaube ich gut zahlen. Jesus dummer Ei. Okay, wir müssen zu lange fieren. Ach komm. Er hat echt drinnen auf mich gewartet. Das ist umf. Ich dachte, der Portal ist nicht weg oder so. Ich überrasche ihn einfach mal. Aber nein, der wartet wirklich auf mich. Sei mal kurz worden. Ich weiß, dass die absoluten damage auf mich klappt. Ich höre dich. Blitzcrank ist immer noch missing. Dann brauchen wir sie, sonst tut das hier nichts. Geh auf Aegis Legion. Okay, Blitzcrank ist da unten. Ich war ein Troll. Oh genau, ich lebe mich. Blitzcrank ist immer wieder. Okay, hier ist Brennus an Bord. Okay. Keiner Bock Anivia zu töten. Komm mal zu mir. Marc, ich komm. Ähm. Hier. 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 Jetzt Crank kommt hoch und lane auf. Oh, ich glaube. Ist okay. Halt! Wie vieler auf Tempel habt ihr? Leute. Komm zu mir. Was ist er bereit? Auf die Wehne, auf die Wehne, auf die Wehne. Auf die Wehne, auf die Wehne, auf die Wehne. To shake, or not to shake. Oh, jetzt träut er aber. Ja. Die, ja. Oh, der, der ist doch, der läuft ja einfach so weit. Auf ihn, auf ihn, auf ihn, auf ihn, auf ihn, auf ihn. Der Peilung. Imbil schwann. Afe. Ah. Halt blitzkrieg. Your team has destroyed. It's nearly time. Ehh. Ach du Schande. Dön, ich hab'n kill. Jetzt ist's ausgeglichen. Also top, pusht langsam. Oh, wie habt ihr zehn? Er pusht langsam. Gut, du schittst fast in ihrem Base-Zone. Ehh. 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 Hey ich will bescheiden bleiben. Ehh. Ja genau. Erndarnje. Akja, Anniviren weg. Ehh, Arni also weg. Ehh, Canon fehlt übrigens. Ach, Eve. Pass auf. Ich komm. Ehh, ich bin. Ehh. Fynn shoporter, ich board. Und die board time verlangt. Ehhh, was macht der welcher da! Benjamin自己 war und vrijerweiß er им schade. Du Hell dreh. Ehm. Ehm. ICE FEED. Ja, ich hatte nur Half-Life, sorry. Du, der war zu greedy. Ich hab versucht, ihn zu schützen. Da war grad nur Eve, und Eve hat's nur gekriegt. Töten wir's nicht. Ihr gesagt, der war zu greedy. Hilfe! Du, Matthias? Ja, ich wollt hinten rum. Aber rennst du noch beide drauf, wenn A2 kommt? Oh, der ist toll. Oh, der ist toll. Okay, Marc, warte auf mich in der Welt. Warte auf mich wieder da. Ich schätze Matthias. Ja. Ja. Toll, ich hatte einen Glitch. Mein Minion hat mich aufgehalten. Ich hab dich drüber. Äh... Okay, ich kann nicht... Okay, das ist doch... Danke. Ich kann da nix flingen. Absolut ist nix. Merk. Ey. Entschuldigung. Spür dich. Ich soldi. Das ist unnötig, Eve. Ach Leute, komm. Das ist immerhin auch da. Na super. Ich hab dich gerettet. Ich hab dich gerettet. Dankeschön. Wenn ich noch eine Schuhe auf den Kreml triffe, dann ist er weg im Fenster. Ein bisschen Gold und ich könnte mir endlich die Naturgewalt für sie kaufen. Auf dem Weg vorne flingen. Er stepped in, auf dem Weg. Der ist der, der woher kommt. Wie ist denn ich vorang? Und der kommt mir auf. Und gegen wen ist das nächste Hitternet. Kenntest du mit dem Gluckabsch? Ich brauche dich dann an dir. Ich will spammen. Jetzt können wir auch Da komm ich von hinten Damit hab ich eine Live-Regen von 25,1 pro Sekunde Okay, auf diese Pusher 25,1 ohne Ulti 20,3 ohne Ars Ach, brauch mir bei einer Kuh Ich bin aber noch nicht fertig mit der Lebens-Regeneration Da kommt dann noch was Du weißt ja noch, Warm-Ops fehlen und alles Ja, bei mir ja auch Ja, meine Naturgewalt und meine Warm-Ops fehlen Bei mir fehlen noch Frozen Heart und Sunfire Cape und eben Warm-Ops Töten 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 Drei hier Da ist ein Vein, da ist ein Vein Da sind wir zu viel Das ist schön, ich push in der Zwischensatz Okay Ja, wir verrecken dann hier EVE ist gefeetet EVE ist gefeetet Was heißt EVE ist gefeetetet? EVE ist gefeetetet, der ist EVE Der ist gefeetetet zur Welt gekommen EVE Wirklich, aber Der hat mit der Mutter nicht halten, das ist aufgesogen Ja, lauf Du treu EVE ist halt Halt aufgezogen Das sind ein Vayne und ein Blitzcrank. Ja, die haben sich weggepottet. Das ist schön, dass ich das auch weiß. Okay, Anivia und Tenen kommen. Ganz ruhig. Lauftempo 567. Recht viel mehr geht nicht. Hilfslos ging dir das. Ja. Wenn die kommen, dann kann ich helfen. Ja, ich wär sonst nicht abgehauen. Ja, das ist ein Eve. Dann können wir uns jetzt schon, oder? Wir könnten mit Eve einen Headshot verpassen. Oh, das ist ein Blitz. Das ist ein Blitzcrank. Ich hab einen Blitzcrank vergeheizt. Ich hab einen Night of Eve, der heiß ich nicht. Auch tot. Also, mehr Damage tanken geht nicht. Ich denke, bis er sich normalen hat. Killte zum Nekro, schneller. Oh, aber schneller. Warum, quell? Du kannst ja dann, dass du so hart abflogen hast. Da. Gegen 2 verlieren wir schon 2. Ja, mir fehlt die Rüstung. Echter, das schon. Wieso? Weil das die Ulti von dem ist. Na und? Du bist nicht wunderschön. LOL, der hat ja noch gearbeitet. Ja, da war noch die Kuh, die ist noch zu dir geflogen. Das war ja eh. Ja, das war die Kuh. Der Kuh ist die große. Der Kuh ist die große. Du musst ein kleiner Spieler nehmen, aber das war die große, oder? Alter, ich hab... Nein, das war der Spinn. Hör, das ist nicht. Okay. Oh, komm. Es macht Vayne 4 Kills bekommen, Leute. Stopp, hört auf damit. Ich komm damit selbst hinterher. Keine Sorge, die Toplinie ist durch. Ahaha. Super. Was würdest du mir als Fortlaner machen? Ich hab dann Zeit, dass ich zu euch komm. Ja, du kannst mal anfangen die Ranes drücken. Ich will ein Kill. Ja, ich wär vorher auf die gegangen, aber die anderen mussten ja unbedingt Blitzcrank fokussieren. Abfuck. Mit ohne! Oh. Oh. Slow slow. Speed up slow slow. Speed up slow slow. Speed up slow. Weiser. Was ist denn mit dem? Was ist denn mit dem? Oh oh, Toplane Hey, da sind ein Tobi und ein Deans Hilfe! Fokus an Iwia Auf die weg! Der ist doch wieder... Ich würde er gerne, ich erreichte ihn nicht Matthias? Ja, wenn ich da hingezogen wäre Was soll ich machen, jetzt mal ehrlich Mach Backput, Matthias Ach du Scheiße Komm schon, wenn du den Gift reinläufst Al... Nein, du schaffst ihn nicht Spaß zum! Alter, stoppy Dwayne Alter Ja Ja, die Toplane Ja... Ich okay Ah ne, ich bin schon unterwegs Ne, Matthias, schneller Lass Matthias Ah, das war auch zu troll Ich troll auch nicht Wo ist der wohl das, wenn ich bin jetzt mit Cem? Der kümmert sich um die gefährlichen Wolfen Ja, die Wölfe sind für den Turm Ja, die Wölfe sind für den Turm Sie marodieren durch die Lande, die Wölfe Sie marodieren durch die Lande, die Wölfe Seine, die ich irgendwie so da bei uns dranhaut gerade Die Wölfe streifen umher, Sire Ja, im ersten, ne? Wo ich mir erstmal überall 14 gebaut habe mit 10 Bohnen Da wurdest du wahnsinnig! Die Wölfe streifen umher, Sire Wir haben Spuren von Wölfen in der Umgebung ausgemacht Ich wurd wahnsinnig dabei her Es war, war schon einfach, aber Ich wurd's On my way Adia Mein Gott So schwere Namen habt ihr alle Ähm Wurden die Wie viel wiegen sie dann? Ach Okay Der war so flach Ja Der steht da quasi drüber Wolle Ja? Sag doch was früher Äh Früher sagen, wenn sie mich ähm Schon haben Ist ein bisschen schwierig, oder? Ja Das ist klar Ja, aber da sind jetzt ein Eve und eine Wayne Und da geh ich alleine nicht drauf Sorry, aber die eine Ewe, schau dich mal Ach, scheiße Egal, die krieg ich Ich komme Ich komme Oh oh Ich bin unter kein Turm mehr Ja, schon ewig kein Turm mehr Ja, ich war schon ewig nicht da Ja, ich war schon ewig nicht da Alles klar Ich glaube wirklich darum, das spielen wir wirklich mit Warpick und Bunnen und so Aber gleiche Team Schon? Eigentlich ein Team nicht ausgeglichen Ja So, verdammte late game, schau Ja, ich kann nicht Nicht alleine Ja Jetzt keine Erfahrung ausreden, Sascha Aha Du hast nen Redpuff Ja und? Der hat nen Shurelia Ja und? Shurelia ist schneller als die Verlangsamung von meinem Redpuff Oh nein, der gefürchtete Redpuff, wir haben schon gewonnen Unnötter Was? Nicht vorfahren Ja, dann hol sie dir Dankeschön Wollen wir vielleicht Backdawing probieren? Äh, das mach ich Ja, mehr oder weniger gerade Ja, hol ich mir jetzt mal ganz links oben, schaffe ich Oh, ich hab 36 Fähigkeit stärker als Gator Okay Ja, ne, ich bin ruhig Um den zu machen Um den zu machen Um den zu machen Ansonsten Äh, das reicht nicht khat, oder was? Ja Du gefällst das Bis zu machen wofür Was ist das, das ist, was du Wofür Ich bin fast wie viel schaden die klopfen das ist ja nicht von der wahl rechte über lauft er brauche ich jetzt aber nicht mehr ehrlich nicht natürlich wieder hinten nach wie immer ich habe meine probleme gegen die scheiß super war sein bin da bin da bin da wenn das gift nicht mehr kommen wir in drei bis sechs stunden nochmal nicht mehr auf meinem Weg ich höre Um... Gehen Sie oder nicht? Auf meine Weg. die haben übrigens bern wollte ich nur gesagt haben haben sie? ja haben sie, du hast doch verdammt ja aber ich hatte den bern bern b ja ich b b b b ja du bist hengst alle im hinteren danke ja ich fand ob sie schnallen die machen jetzt der Ende ja das haben wir auch gemacht ja sie machen ja es ist schon vorbei ja das war bald war bald okay das war das Spiel james 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 ja Ja, und da kann ich weinen. Ich freue mich darauf.